Und wie viel man im Schnitt verdient. Das sind jetzt 10 Euro bis 155 Euro pro Tag. Willkommen zum Video. Viele Leute erzählen ja heutzutage, dass man ganz schnell und ohne Arbeit viel Geld im Internet verdienen kann. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! In den meisten Fällen muss man dann in irgendwelche komischen Gruppen kommen und das Ganze funktioniert natürlich nicht. Einfach bei WhatsApp schreiben. Es geht direkt am Porsche! Jetzt werde ich dir gleich allerdings am PC live eine Methode zeigen, die seriös ist, die legal ist und die zu 100% funktioniert, weil ich werde es beweisen. Und zwar wie du es schaffen kannst, mit YouTube bis zu 100 Euro am Tag zu verdienen, ohne eigene Videos zu machen und ohne dich selbst vor der Kamera zu zeigen, weil das möchten ja auch viele nicht. Das Ganze funktioniert, indem man fremde Videos benutzt. Jetzt würden viele sagen, fremde Videos, die darf ich doch nicht benutzen, das ist doch eine Urheberrechtsverletzung. Das ist in den meisten Fällen auch korrekt, allerdings gibt es eine Funktion bei YouTube, die die wenigsten kennen und die ich euch jetzt zeigen will. Und zwar nennt sich das Ganze Creative Common. Bestimmte Videos, die auch sehr, sehr viele Aufrufe haben und je mehr Aufrufe ihr habt, desto mehr Geld verdient ihr, sind mit dem sogenannten Creative Common Logo gekennzeichnet. Das heißt, man darf diese Videos nach Belieben runterladen, verändern ein wenig und dann wiederverwenden. Das heißt, man kann mit fremden Videos Geld verdienen. Das Ganze ist sehr einfach und man benötigt kein größeres Fachwissen, man benötigt eigentlich nur einen PC bzw. es geht sogar auch auf dem Handy und man muss einen YouTube-Kanal besitzen. Den kann man sich ganz einfach erstellen und das alles ist auch noch kostenlos. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich werde dir hier auch in Zukunft weitere Möglichkeiten zeigen, wie du es schaffen kannst, legal und seriös, ohne irgendwelche Abzockergruppen etc. im Internet Geld zu verdienen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, wie man mit TikTok Geld verdienen kann. Auch der Link dazu in der Beschreibung. Dieses Video ist Teil des Kurses Online Geld verdienen. In diesem Kurs erkläre ich dir von A bis Z, wie du es schaffen kannst, im Internet Geld zu verdienen und was du beim Thema Steuern, Finanzamt etc. beachten musst. Als Abonnent dieses Kanals erhältst du 20% Rabatt auf den gesamten Kurs mit dem Code YouTube20. Der Link dafür in der Videobeschreibung. Jetzt werde ich dir einmal live zeigen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. So, und zwar sind wir jetzt ganz normal online auf YouTube.com und Schritt 1 ist es jetzt, Videos zu finden mit vielen Aufrufen, die mit diesem sogenannten Creative Common gekennzeichnet sind. Wichtig ist hierbei zu beachten, deutsche Videos machen wahrscheinlich weniger Aufrufe als englische Videos, weil es einfach mehr Leute gibt, die Englisch sprechen als Deutsch. Also ganz logisch. Deswegen suchen wir jetzt mal so Begriffe wie Best of, Strongest, Top 10 etc. Fangen wir an. Best of. Und wichtig ist jetzt hier, Filter, müssen wir jetzt hier Creative Commons eingeben. Das sehen wir schon. Hier Musik, Mega-Hits. Knapp 400.000 Aufrufe. Ups, das wollte ich nicht. Gehen wir zurück. 600.000 Aufrufe. Etc. Und was auch natürlich immer gut geht, sind Top 10 Videos. Top 10. Und auch hier wieder beachten, Creative Commons, weil wenn man das nicht eingibt, also nicht Creative Commons, dann hat man Videos, die urheberrechtlich geschützt sind. Diese Videos sind urheberrechtlich nicht geschützt, das heißt, man darf sie wiederverwenden. Und wir sehen jetzt hier auch schon direkt das erste Video, Top 10 Most Expensive Cars in the World 2020 von Felix 10S oder Felix 10S, je nachdem. Gehen wir mal rauf. Und wir sehen hier diesen Kanal und der ist genau mit dieser Taktik aufgebaut, die ich in diesem Video erkläre. Und zwar wurden hier ganz einfach verschiedene Videos hochgeladen von anderen Leuten. Also er hat ja nicht die ganzen Videos selbst gefilmt, er hat ja nicht die ganzen Autos selbst gefilmt, sondern er hat einfach Videos genommen, die es schon gab und hat sie hochgeladen. Und wir sehen jetzt hier auf dem Kanal, dass dieser Kanal ganz klar mit der Technik arbeitet, die ich in diesem Video auch bespreche. Und zwar fremde Videos hochladen, er hat ja diese Autos und die Länder alles nicht selbst gefilmt, sondern er hat einfach Material, was er gefunden hat, hochgeladen. Was wir jetzt hier sehen können, wir gehen hier auf socialblade.com, da kann man Kanäle und Videos analysieren und dann genau sehen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Dann, der Kanal hieß Felix, ach, steht hier sogar schon, Felix 10S. Gehen wir mal auf Suche und dann taucht der Kanal schon hier auf. Und hier kann man genau live sehen, deswegen hatte ich ja auch gesagt, es ist live hier, sehen wir auch, wie viele Videos pro Tag angeklickt werden. Das sind hier knapp 40.000 pro Tag und wie viel man im Schnitt verdient. Das sind hier 10 Euro bis 155 Euro pro Tag. Warum diese große Spannung, das liegt einfach daran, dass manche Videos mehr Geld bringen, weil mehr Werbung geschaltet wird und manche weniger. Und hier sehen wir ganz klar extrem viel Geld, also bis hier auch 150 Euro, also nicht nur 100 Euro, sondern bis zu 150 Euro pro Tag. Und wie gesagt, ohne selbst Videos hochzuladen. Er nimmt sich selbst nicht auf, sondern er lädt einfach nur fremde Videos hoch und hat dadurch im Monat, hier in den letzten 30 Tagen, 300 bis 5000 Euro. Und wie gesagt, das sind natürlich hier Schätzungen, allerdings sind diese hier quasi, ist es immer der Durchschnitt quasi hier vorne. Das heißt, wenn wir hier in die Mitte gehen, sind wir hier bei knapp 3000 Euro, also knapp in 30 Tagen jeden Tag 100 Euro. Ja, das wollt ihr einfach nur mal hiermit beweisen, dass es funktioniert. Und natürlich ist das auch eine gewisse Arbeit. Man muss hier diese Videos hochladen. Es ist nicht alles geschenkt, aber es ist eine Möglichkeit, mit der man es schaffen kann, online im Internet legal Geld zu verdienen. So, was jetzt hierbei ganz wichtig zu beachten ist, bei diesen Zahlen hier, das sind natürlich Schätzungen, die von Social Blade getätigt werden. Allerdings sind die immer sehr genau und man hat ja auch bei bestimmten YouTubern schon gesehen, dass die Zahlen meistens sogar noch zu niedrig sind. Das heißt, es ist mit Sicherheit möglich, noch mehr damit zu verdienen. Die genauen Zahlen sind natürlich nur dem privaten Nutzer bekannt. Das heißt, der privaten Nutzer hier, der Felix 10S, der hat seine Analyse selbst in seinem Profil und kann genau sehen, wie viel er verdient. Allerdings ist dieses hier ziemlich genau und diese 5000 Euro können schon hinkommen, weil wir sehen genau, dass er 1,5 Millionen Aufrufe knapp macht pro Monat. Und da sind 5000 Euro durchaus realistisch. Was nochmal ein wichtiger Tipp ist, ihr müsst genau aufpassen, bestimmte Videos, die jetzt zum Beispiel über kontroverse Themen handeln etc., die bringen weniger Geld als zum Beispiel Technik-Videos oder Sport-Videos etc. Das heißt, nicht unbedingt kontroverse Videos machen über illegale Sachen zum Beispiel. Ganz klar. Was auch nochmal wichtig zu beachten ist hier bei diesen Einnahmen, das ist auch immer von Monat zu Monat unterschiedlich. Das heißt, im Dezember gibt es mehr Geld, weil Unternehmen mehr Videos auf YouTube schalten, weil gerade Weihnachten ist und dann die Leute mehr einkaufen. Allerdings ist es im Frühjahr auch immer recht lukrativ, wie man hier sehen kann. Im Januar hat er hier 5000 Euro verdient. Das ist ja auch eine ganz gute Zahl. Wenn du nochmal genau wissen willst, wie du auch so viele Aufrufe bekommen kannst auf deine Videos, dann kannst du dich kostenlos für meinen YouTube-Coaching anmelden. Link in der Beschreibung. So, jetzt noch einmal zusammenfassend. Such nach bestimmten Videos, die dir gefallen und schau, dass die Videos genug Klicks haben. Das heißt, mindestens 10.000 meiner Meinung nach. Dann achte auf jeden Fall darauf, dass sie mit Creative Commons gekennzeichnet sind. Dann lad sie runter, verändere sie minimal, verändere das Bild vielleicht oder auch kleinere Ausschnitte, lad sie wieder hoch. Und dann wirst du sehen, dass du mit fremden Videos Geld verdienen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir bei diesem Video helfen. Wenn du genau wissen willst, wie du auf deine hochgeladenen Videos viele Aufrufe bekommen kannst, dann kannst du dich gratis für mein kostenloses Coaching anmelden. Link in der Beschreibung. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich werde dir hier auch in Zukunft weitere Möglichkeiten zeigen, wie du es schaffen kannst, legal und seriös, ohne irgendwelche Abzockergruppen etc. im Internet Geld zu verdienen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, wie man mit TikTok Geld verdienen kann. Auch der Link dazu in der Beschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.